Waffen, die Kunden so bei uns bestellt haben. Eine Browning Bar MK3 mit einem Kite K1 Reflexvisier in Kaliber 9,3 x 62. Ein wunderschöner Kunststoffschaft im Carbon-Design. Ein echtes Handspanner-System, hier der Magazin-Verschlusshebel. Bei der Verwendung einer Browning Nomad-Montage habt ihr die Möglichkeit, die Optik so zu verwenden, dass das Kite-Leuchtpunktvisier auf der Waffe verbleiben kann. Ein kannonierter Lauf für eine bessere Wärmeabführung. Die再 Corporal auf der Waffe ver dog아아 heißt, dass das Schöpfchen-Aber�äk-Montage ist. might legen dich nur etwas für lithe Lauf für die急 Bescheidung, Samitness, hierfür öfi auf die Schnee. Und hier hat sie in den Weg.